Erklärbär Was bedeutet die Abkürzung OMG? Die Abkürzung OMG ist Englisch und stammt aus dem Internet und steht für OMG oder OMGness und wird als OMG ins Deutsche übersetzt. Mit OMG wird ein Erstaunen, Schockgefühl, Begeisterung oder eine Überraschung ausgedrückt. OMG kann auch noch gesteigert werden und heißt dann OMFG. Dieses Okronym trägt die Bedeutung OMG. Die Übersetzung könnt ihr euch ja dann selbst denken. Gelולbar Amgen